Da ist er wieder, der Rolf, mit einer guten Nachricht, und zwar, ähm, werde ich dieses Spiel gewinnen jetzt? Bin heute Morgen aufgestanden und wusste, dass ich das jetzt gewinne. Kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja. Okay. Okay, minus 85 Grad Celsius Außentemperatur, ist auch gut, für die, die eine hohe Feuerfrequenz haben, beziehungsweise für die, die viel Energiewaffen haben. Wie spiele ich denn bei meinem ersten Sieg? Hm, ich weiß noch nicht. Ich glaub, ich lauf dem Kollegen da hinterher, der scheint, er ist ein schneller Mech, und der scheint, äh, die, diesen geheimen Pfad nehmen zu wollen, dann mach ich das auch. Vielleicht gelingt es uns ja, die Base, äh, einzunehmen, beziehungsweise vielleicht den Gegnern in den Rücken zu fallen. So, ich seh hier, der Spider ist grad anvisiert worden von einem Kollegen. Also der Tunnel scheint frei zu sein, sonst hätte mein, äh, Kollege, der hier durchgerannt ist, schon irgendwas geortet. Oder wer unter Feuer geraten. So, ein Dragon 5N, also eigentlich fast ein, also dasselbe Mengenmodell, nur andere Konfiguration. So, jetzt muss ich mich mal vorsichtig hier herantasten. Da hinten ist, äh, wo ich jetzt draufziele, ist die Base des Gegners. Target acquired. Ah, der lässt sich nicht wirklich sehen. Ah, Mist. Ich geh jetzt einfach mal runter. Hier oben nütze ich ja sowieso keinem was. Das kann jetzt... ...ein Eigentor sein. Wenn ich jetzt, äh, zur Base gehe, merken die das natürlich. Und da wird wenigstens ein, zwei werden umdrehen. Aber das kann ja vorteilhaft wenigstens für meine Kollegen sein. So. Der Dragon verkürzt auch direkt den Abstand. Bäää. Ne, hier kommt bei einer um die Ecke. Genau da. Ja. So, jetzt weiche ich mal ein bisschen aus. Da ist ein Kollege von mir hinter ihm, aber der hat selbst zu tun. Also, ich bin bis jetzt zufrieden. Schadensmodell zeigt zwar klar Schaden an, aber das hält sich in Grenzen. Ah, da ist noch einer. Igi, die geht. Gucken wir mal. Ah, jetzt sieht es aber schon übel aus. Wie kann das sein? Nein, ich hab doch gesagt, ich gewinne. Oder... Moment mal. Oder hab ich das falsch gedeutet? Es könnte auch sein, dass die anderen gewinnen, dass ich das geträumt hab. Hm. Träume. Meine Güte. Wer versteht sie? Aber wir, wir, äh, liegen gut. Ich behaupte jetzt einfach mal, das liegt so an meinem Opfer, das ich da gebracht habe. Der eine Abschuss, den die Feinde haben, das bin ich. Drei dafür sind erledigt worden. Das könnte wenigstens nicht umsonst gewesen sein. Dass ich mich da jetzt so nach vorne geworfen habe. Oh, sechs zu zwei, super. Es sind nur noch zwei Gegner da. Der lebt auch nicht mehr lange, hab ich das Gefühl. Sauber. Das ist auch der letzte Gegner, den wir noch haben. Im Grunde könnten die alle jetzt in die, in die Base gehen. Und die ganz ruhig erobern. Nein, sie gehen in Verfolgungs... Modus. Sehr schön. Wunderbar hat sich mein Vorstoß doch gelohnt. Natürlich ist das allein mein Verdienst gewesen. Ich denke, das werden die auch alle anerkennen. Super. Erster Sieg. Das ist erst mal sicher.